Finanzmarktwelt.de, Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Extreme Dürre. Die Rheinschirffahrt trocknet aus. Versorgung der Industrie mit Rohstoffen bedroht. Ein Artikel veröffentlicht auf Finanzmarktwelt.de, geschrieben und verlesen von Thomas Harz. Extreme Dürre in Europa. Der Pegelstand des Rheins ist gefährlich niedrig. Droht ein Kollaps der Versorgung mit Industrierohstoffen? Eine anhaltende Dürreperiode in Europa lässt die Flüsse immer weiter austrocknen. Der Rhein, Europas wichtigste Wasserstraße, versorgt die deutsche Industrie mit dringend benötigten Rohstoffen. Europa ächzt bereits unter dem Gas- und Energiekrieg mit Russland. Nun droht eine Klimakatastrophe die Lage noch dramatisch zu verschärfen. Die Dürreperiode erinnert an 2018, wo eine Unterbrechung der Wasserstraße Deutschlands Wirtschaftswachstum um 0,2 Prozentpunkte abschwächte. Aber diesmal ist die Lage weitaus angespannter als vor vier Jahren. Denn der Energiekrieg mit Russland verschiebt Beschaffung und Versorgung mit Rohstoffen massiv. Droht ein Kollaps des Transportsystems und eine Verschärfung der landesweiten Energiekrise? Der Kaub-Pegel ist für die Rheinschifffahrt besonders wichtig. Einer der wichtigsten Messpunkte für den Transport von Rohstoffen über den Rhein liegt bei Kaub, einer kleinen Uferstadt in Rheinland-Pfalz. Der Pegel stand dort. Der Kaub-Pegel ist auf 60 Zentimeter gesunken. Für das Wochenende wird ein Niveau von 47 Zentimeter vorausgesagt. Ab 40 Zentimeter ist der Rhein für die Binnenschifffahrt nicht mehr befahrbar. Ein nicht mehr schiffbarer Rhein würde sprichwörtlich den Warenfluss zum Erliegen bringen. Von Benzin bis zu dringend benötigten Chemikalien für die Industrie. Erste Industriebetriebe melden bereits Probleme bei der Versorgung mit Industrierohstoffen. Wie dramatisch die Lage am Rhein ist, zeigt dieser Tweet vom Bloomberg Opinion auf Twitter. Der Rhein, Europas und Deutschlands wichtigste Wasserstraße. Der Rhein schlängelt sich durch sechs europäische Länder und ist insgesamt 1.233 Kilometer lang. Er wird grob in drei Flussabschnitte unterteilt. Der Oberrhein von Basel bis Bingen, von Bingen bis Bonn nennt man ihn den Mittelrhein und ab Bonn den Niederrhein. Er ist zwischen Rheinfelden bei Basel und der Nordsee auf eine Länge von 884 Kilometer schiffbar und zählt zu den verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Die Bedeutung des Rheins für den Warentransport in Deutschland ist kaum zu überschätzen. Von insgesamt 4.568.000 Tonnen Fracht werden nur 4,1% über Land transportiert. Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes veröffentlicht auf ihrer Webseite folgende Informationen zum Rhein. Die wichtigsten Güterarten, die auf den Niederrhein transportiert werden, sind Erze, Steine, Erden, Kohle, rohes Erdöl und Erdgas sowie Mineralölprodukte wie Benzin, Diesel und Kerosin. Weiter heißt es in dem Bericht, am Niederrhein, dem am stärksten frequentierten Rheinabschnitt, wurden 2021 mit 138,1 Millionen Tonnen wieder mehr Gütertonnen als im Vorjahr bewegt. 2020 waren es 123,4 Millionen Tonnen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 11,9%. Auch die Anzahl der Güterschiffe ist 2021 auf 107.712 angestiegen, eine Steigerung von 5%. Die Containertransporte stiegen um 1,3% von rund 1,86 auf rund 1,89 Millionen TEUs. Im Vergleich, ein großes Rheinschiff mit einer Länge von 110 Metern und einer Tragfähigkeit von bis zu 3000 Tonnen ersetzt 150 LKWs mit je 20 Tonnen Ladung. Am Oberrhein wurden 2021 mit 19,1 Millionen Tonnen um 13% mehr Gütertonnen als im Vorjahr bewegt. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 13%. Die Anzahl der Güterschiffe stieg um 11,8% von 21.121 auf 23.631 Einheiten. Die Containertransporte nahmen um 3,3% von rund 251.000 auf rund 259.300 TEUs zu. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll die Bedeutung des Rheins für die deutsche Industrie. Rohstofftransport mit Rheinbarken ab einem Pegelstand unter 40 cm unrentabel. Ab einem Pegelstand unter 40 cm wird es für den Frachttransport unrentabel. Die Frachtmenge ist zu gering, um profitabel zu arbeiten. Der niedrige Pegelstand beeinflusst bereits jetzt den Warentransport. Die Schweiz, die den Rhein nutzt, um Benzin zu importieren, musste bereits auf strategische Reserven zurückgreifen, um den landesweiten Bedarf zu decken. In Deutschland, der Tschechei und Österreich kommt es zu ersten Engpässen, weil die Raffinerien nicht genügend Rohöl erhalten. Auswirkungen auf die Industrie, Transportkapazität und Frachtraten. Die Frachtpreise für die Rheinschifffahrt sind bereits völlig außer Kontrolle. Aktuell kostet es 200 Euro, um eine Tonne Benzin nach Basel zu transportieren. Zum Vergleich, vor ein paar Monaten kostete die Tonne noch 25 Euro. ENBW AG, der drittgrößte Energieversorger Deutschlands, nach Juniper und E.ON äußerte sich in einer Pressemitteilung. Kohletransporte sind aufgrund des niedrigen Wasserstandes bereits durch die Anzahl der verfügbaren Schiffe limitiert. Und die, die eingesetzt werden, transportieren deutlich weniger Fracht. Die Frachtraten für den Transport für Kohle sind bereits gestiegen. Das wiederum steigert die Betriebskosten für die Kohlekraftwerke. Dabei wird Kohle gerade jetzt gebraucht, da man damit Erdgas aus Russland ersetzen will. Vor allem, solange Russland am Gashahn dreht und Europa mit Lieferstops droht. Der IMF, also der Internationale Währungsfonds, hatte in einer Analyse ermittelt, dass Deutschland im Falle eines Lieferstops von russischem Erdgas rund 4,8% Wirtschaftsleistungen riskiere. Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Umschlaghafen für Rohstoffe Eine Analyse der Deutschen Bank nach werden vom Umschlaghafen Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen aus 13,8% Kohle, Rohöl und Erdgas und 17,7% Mineralölprodukte über den Niederrhein nach Deutschland transportiert. Und ausgerechnet die Kohlekraftwerke haben laut eigenen Angaben Lagerbestände, die nur für eine Woche Betrieb bei voller Auslastung reichen und erinnern damit an die Zustände bei der Bundeswehr. Uniper, der durch den Energiekrieg schwer betroffene größte deutsche Versorger, warnt heute in einer Meldung über irregulären Betrieb für das Kraftwerk Staudinger 5 in Großkrotzenburg, ein mit Kohle betriebenes 510 Megawatt Kraftwerk. Der Lagerbestand an Kohle sei limitiert und eine Beschaffung aktuell nicht einfach, heißt es in der Meldung. Uniper erwartet eine Entspannung der Situation frühestens im September, kurz vor Beginn der kalten Jahreszeit. Insgesamt gibt es 130 Kohlekraftwerke in Deutschland, die auf eine konstante Versorgung mit Kohle angewiesen sind. Anhaltende Dürreperiode in Europa hält vorerst an. Nicht nur der Rhein führt zu wenig Wasser, auch in Frankreich sind die Wasserstände viel zu niedrig und vermindern die Leistungen der Kernkraftwerke, da nicht ausreichend Kühlwasser zur Verfügung steht. Der französische Versorger Electricité de France gab in einer Mitteilung bekannt, dass durch die niedrigen Wasserstände der Flüsse Rhone und Garonne die angeschlossenen Kraftwerke in den nächsten Tagen weniger Energie produzieren werden. Man werde sich auf ein Minimum beschränken, um das Netz stabil zu halten. Der Winter steht bald vor der Tür. Die Dürreperiode könnte nicht nur Europas wichtigste Wasserstraße austrocknen, sondern auch eine Bevorratung mit wichtigen Energierohstoffen verhindern. Damit wäre Europa im Winter noch anfälliger für Energiesanktionen aus Russland. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Die Wettervorhersage für die nächsten Tage und Woche lautet sonnig mit Temperaturen über 30 Grad.